Hallo und herzlich willkommen und falls ihr gerade zufällige Weise auf dieses Video geklickt habt und euch fragt, was das hier ist, dies hier ist ein Gameplay zu Trove. Falls ihr nicht wisst, was das ist, das ist ein MMO. Und ja, ihr seht, es hat so ein bisschen diesen Minecraft-Stil. Und normalerweise ist das für mich ein Grund, so ein Spiel nicht zu spielen, weil es ist eigentlich ein bisschen faul immer. Denn meistens geht nicht viel anderes hinein. Die Entwickler denken sich, hey, wir machen ein Spiel im Minecraft-Stil und schon werden alle Minecraft-Fans spielen. Perfekt. Und machen nichts weiter. Aber dieses Spiel macht es ein bisschen anders. Es macht diesen Minecraft-Stil und hat dazu noch ein paar eigene originelle Ideen. Ich werde es euch gleich zeigen. Deswegen werden wir gleich mal in eine Welt hopsen. Ich habe diesen Charakter jetzt schon eine Weile. Aber zu den Charakteren komme ich gleich noch später. Und ja, wir hopsen gleich mal ins Spiel. Es gibt die verschiedenen Portale. Jedes Portal schickt dich in eine andere Schwierigkeit von Welt. Und da mein Charakter jetzt schon ziemlich hochlevelig ist, werde ich ein schwereres nehmen. Aber nicht das schwerste, weil wenn ich spreche, wird mein, wisst ihr ja, leidet mein Gameplay drunter. Okay. Sind wir hier in einer Welt. Wie Minecraft ist dieses Spiel biom-basiert. Das heißt, es gibt keine vorgefertigte Map. Die Sachen kommen nach und nach immer rein. Und hier haben wir gleich ein wunderbares Beispiel, warum das eventuell manchmal zu kleinen Problemen führt. Das ist nämlich speziell dieser Dungeon hat damit immer Probleme. Durch die Biom-Struktur passiert es nämlich häufig, dass der Eingang zu diesem Dungeon blockiert ist. Ähm, ja. Aber jetzt erstmal nicht zum Dungeon. Dazu kann ich ja später nochmal kommen. Fangen wir erstmal an. Also, es ist nicht komplett wie Minecraft, glücklicherweise. Das heißt, es hat ein ordentliches Kampfsystem. Ähm. Und wie gesagt, durch die biom-basierte Struktur hat man immer recht viel Abwechslung in den... Im Gelände. Also es ist nicht immer dieselbe Karte, der hier kämpft. Nehmen wir uns gleich mal... Hier einen Gegner. Wo haben wir einen? Da haben wir ein paar Bienen. Also, ich bin jetzt ein Bobau. Typische DPS-Klasse. Hat zwei Waffen. Und jede Klasse hat drei Fähigkeiten. Die erste Fähigkeit hat man von Anfang an. Die wird mit Rechtsklick aktiviert. Das wäre bei mir dieser Spin. Später kriegt man dann die Fähigkeit auf der Eins. Das wäre bei mir dieser Sprungangriff. Und zum Schluss kriegt man so eine mächtigste Fähigkeit, die auf der Zwei. Und das wäre bei mir dieser Keks, der vom Himmel fällt. Ja. Ähm. Das ist eine andere Sache. Dieses Spiel ist eigenartig. Ähm. Es ist tatsächlich so, ich habe mal jemanden dieses Spiel beschrieben und er hat mich ernsthaft und ohne Witz gefragt, ob ich nicht doch ein paar illegale Substanzen eingenommen habe und nicht wirklich gespielt habe. Aber nein, äh, ich habe wirklich gespielt. Keine illegalen Substanzen eingenommen. Vielleicht ist das ja auch ein Drogensimulator. Wir werden es gleich wissen. Ähm. Wichtig ist, ähm, ihr kennt das ja, in Minecraft hat man sich sein Haus gebaut, dann ist man immer weggegangen und wieder zum Haus zurück. Hier hat man dieses Problem nicht, denn man kann sein Haus überall aufbauen, wo man will. Dann nimmt man einfach so eine Zone und dann wird dort dein Haus aufgebaut. Ja, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, es ist auch noch nicht fertig. Und es sieht eigentlich noch nicht so aus, wie ich es haben wollte. So. Im Haus habe ich jetzt hier zum Beispiel meine, diese Rejuvenation, äh, Station. Da kann man sich seine Heiltränke auffüllen. Also Heiltränke müssen nicht gekauft werden, nichts. Ähm. Da können wir eigentlich gleich mal zum Bezahlsystem kommen. Free-to-Play-Game. Natürlich gibt's zwar, äh, ist, ist nicht hundertprozentig free. Aber, ähm, dazu komme ich ja jetzt. Äh, es gibt drei Formen der Währung. Es gibt diese, äh, muss ich mal kurz warten bis hier. Ähm, es gibt diese Glimps. Genau, hier, da haben wir zwei. Zwei Glimps. Die sind für Items, die du mit deinem Charakter bei Shopkeepern innerhalb des Spiels kaufst. Wie zum Beispiel gibt es einen Anglershop. Da musst du hin und kannst dir mit Glimps, ähm, Zeug kaufen. Kaufen. Zum Beispiel Angelrute, Köder. Oben rechts seht ihr jetzt hier, äh, äh, eine Quest. Und unten drunter, äh, seht ihr, ähm, diese kleinen Goldstücken. Das ist die zweite Währung. Damit kann man im Ingame-Shop was kaufen. Ähm. Und zwar zum Beispiel Klassen. Und dann gibt es natürlich noch die Spezialwährung, dieses bunte Zeug. Tja, es gibt halt immer eine Bezahlwährung. Und ich habe sogar tatsächlich genügend Kohle, um mir eine neue Klasse zu kaufen. Das ist gar nicht schlecht. Dazu komme ich gleich. Ähm, ja, natürlich, ähm, die Spezialwährung ist noch nicht mal so krass overpowered. Denn, alle Sachen, fast alle Sachen kann man sich auch mit der normalen Währung kaufen. Nur die Spezialwährung gibt einem halt kosmetisch ansprechende Sachen, wie zum Beispiel dieses Tron-Bike. Und sowas halt. Gut, ähm, ja, das wäre eigentlich alles zum Shop-System. Ich würde mal gleich eine neue... Ach, Mist, warte. Machen wir hier mal ein bisschen nieder. Äh, vorhin habe ich bei einem Gegner, äh, wurde bei einem Gegner was gedroppt. Nämlich genau diese zwei Sachen hier. Jetzt kann ich hier, wenn diese Sachen schlechter sind als die Sachen, die ich habe, kann ich zu diesem Loot-Collector gehen. Dort kann ich die reinsetzen. Akzeptieren. Und dann habe ich die gesammelt. Dieses Spiel ist wirklich sehr stark aufs Sammeln fixiert. Jetzt können wir hier nämlich in den Charakter-Bildschirm gehen. Und ich kann... Wo habe ich... Was ist das für eine Landschaft? Ich glaube, wir sind... Ach, nee, war ein legendäres Item. Und, ja, jetzt kann ich auf legendäre Items gehen. Und dieses Item auswählen, dass ich halt so angezeigt werde. Und das ist dann rein kosmetisch. Was ich extra hervorhebe, da ich das ein geniales System finde. Weil in anderen MMOs nervt es mich immer, dass ich einen gut aussehenden Charakter verunstalten muss. Dadurch, dass ich ihm eine Axt gebe, die ich total hässlich finde. Die ich aber benutzen muss, weil sie besser ist. Tja. Ähm, gut. Jetzt kommen wir natürlich noch zu einer anderen Sache. Dem Crafting. Also dem Minecrafting. Es gibt natürlich normales Craften. Dafür hat man Crafting-Tische, an denen man dann Sachen zusammenbauen kann. Die könnte ich eigentlich auch mal aufstellen. So. Ähm. Hier. Dann können wir die hier aufstellen. Und ja, links Klick bauen, rechts Klick abbauen. Ziemlich Standard. Ihr seht, wie weit ihr mit dem Abbau und fortgeschritten seid, sieht man dann immer an diesem, äh, je dunkler das Objekt wird. So, schon, schon, schon haben wir ein bisschen was, äh, aufgebaut. Gut, äh, und dann gibt's halt an der Crafting-Bench kann man dann halt rangehen und verschiedene Sachen bauen. Dafür muss man dann halt Ressourcen sammeln. Und dadurch, äh, dafür geht man dann halt durch die Welt und kann sich Sachen sammeln. Was ist das denn? Okay. Äh, das ist nur was für die Club-Welt. Ja, Clubs, ähm, das sind sowas, so die Draw-Version von Gilden. Sind halt Clubs. Ja, gar nicht mehr schlecht. Gut, jetzt... Geh ich mal auch auf Neuland und hol mir eine neue Klasse. Ähm. Ganzlinge oder Knight? Gut, ich hatte die ganze Zeit eine Nahkampfklasse, nehme ich mal eine Fernkampfklasse. Gut. Freigeschaltet. Und schon bin ich einer. Aber, wenn ich jetzt in mein Inventar gehe und dieses kleine Item hier aufstelle, dann kann ich jederzeit meine Klassen wieder wechseln. So. Gut. Natürlich, äh, äh, werden die Waffen, die ich mit meinem Barbaren, äh, äh, eingesammelt haben, habe nicht übernommen. Lediglich die ganzen kosmetischen Sachen. Also hier so Hüte. Und... Und das alles wird halt übernommen. Aber ansonsten, die Waffen muss ich halt alle neu sammeln. Und mir fällt gerade ein, Moment mal, wenn ich jetzt eine Klasse auf Level 1 habe, dann ist mein Level ja viel zu niedrig dafür, um in so einer hochleveligen Region anzufangen. Das ist ganz einfach. Da drücken wir einfach H. Und schon kommen wir wieder ab in die Hub World. Also alles recht einfach designt. Und man kommt schneller rum. Und jetzt werde ich mal kurz das Mount wechseln, weil das Starter-Mount ist etwas sehr langsam. So. Gehen wir natürlich jetzt in eine einfache Welt. Und jetzt kann ich ja tatsächlich eigentlich mal den Kampf zeigen, weswegen ich dieses Video eigentlich mache. Denn man darf dieses Spiel nicht unterschätzen. Es mag zwar kindlich aussehen, aber... Oh, lieber Mann, das kann schwer werden. Jetzt natürlich in so einer einfachen Welt nicht, aber in den höheren Schwierigkeiten, auf denen man dann später spielen muss, wie zum Beispiel der Uber-Difficulty, wie sie heißt. Tja, ähm... Die man zum Beispiel machen muss, um gewisse Quests zu erfüllen, wie zum Beispiel die, die ich gerade machen muss. Äh... Ja. Also, ich bin schon einige Male ganz übel gestorben. Es gibt natürlich ein paar wichtige Regeln beim Kampf. Da hat man als allererstes natürlich, wie gesagt, Linksklick mit dem... Linksklick normaler Angriff, rechtsklick Spezialangriff und so weiter. Ganz sofort hatte ich hier schon alles erklärt. Aber außerdem hat man die Taste Shift. Und warum ist die Taste Shift wichtig? Weil damit kann man rollen. Das ist vor allen Dingen wichtig, da größere Gegner ihre schwereren Angriffe aufladen. Man innerhalb der Zeit... Genau solche schwereren Angriffe meine ich. Und damit... Während sie aufladen, hat man dann halt Zeit wegzurollen. Denn wenn man getroffen wird, wird man entweder sehr weit weggeschleudert oder kriegt enorm viel Schaden. Und vor allen Dingen auf der wirklich schweren... Auf den wirklich hohen Schwierigkeitsgrad kann ein einziger Treffer von so einer Spezialattacke dich sofort töten, wenn der Boss ist. Und dann machen wir gleich mal einen Dungeon hier. Wurde der eigentlich schon gemacht? Nein, der wurde noch nicht gemacht. Denn wenn er schon gemacht worden wäre, dann hätte man ein großes X drüber gesehen. Was ich äußerst fair finde, da man durch die Biomstruktur ja nie wirklich weiß, ob schon einer da war oder nicht. Und die Respawns dauern eine Weile. Tja. Und so kann man gleich durch und gucken, ist der Boss hier drin schon tot? Kann ich hier noch was reißen? So. Finde ich recht cool. Der Typ hier kann schweben. So. Da haben wir ihn fertig gemacht. Da müssen wir nur die... Die Kiste zerschießen und schon... ...können wir hier das ganze Zeug einsammeln. Wunderbar. Und weiter geht's. Ja, und das ist Trove. Man craftet, man sammelt Ressourcen ein. Und man hat halt kleine Abenteuer in den Dungeons. Und das Abenteuer ist wirklich, was dieses Spiel für mich so interessant macht. Wie gesagt, ich bin überhaupt kein Fan von diesem Minecraft-Art-Stil. Ich meine, ich liebe Pixel-Art. Und dreidimensionale Pixel-Art ist ziemlich cool. Aber meistens machen die Leute nicht viel damit. Man kann wesentlich mehr machen mit diesem Grafik-Stil. als Minecraft es tut. Und, ähm... Ähm... Deswegen, äh... Finde ich sehr gut, dass es, äh... ...dass dieses Spiel halt, ähm... ...auch mal ein bisschen anders rangeht. Ein bisschen andere Grafik macht. Und, ähm... Also, andere Sachen macht als Minecraft. Weil die Grafik ist ja im Grunde genommen sehr ähnlich. Ähm... Es gibt wirklich eigenartige, äh... Gebiete, in die du kommen kannst. Wie zum Beispiel, äh... Ein Land, das komplett aus Süßigkeiten besteht, wo du gegen... ...Soft-Eis kämpfst. Das immer brüllt, iss mich. Und nein, ich habe keine bewusstseinserweiternden Substanzen eingenommen. Und dieses... Es hat dieses Abenteuer-Gefühl. Man... Man geht... Das ist mir zum Beispiel mal passiert. Ich bin einfach nur rausgegangen, um ein bisschen Erz einzusammeln, weil ich was craften musste. Aber ich habe am Horizont irgendwas gesehen, das total interessant aussah. Und dann bin ich da hingegangen. Dann war das ein Dungeon. Und kaum war ich mit dem Dungeon fertig, habe ich wieder am Horizont irgendwas gesehen, was total meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Und... Nichts... Äh... Und... Als ich das nächste Mal auf die Uhr geguckt habe, war eine Stunde vorbei. So doll zieht das Spiel einen rein. Das ist wirklich dieses... Dieses tolle Abenteuer-Gefühl, was man heutzutage nicht mehr bei so vielen Spielen hat. Noch nicht mal bei Open-World-Spielen. Es ist wirklich was schweres zu machen, wirklich dieses... Ähm... Äh... Dieses Abenteuer-Gefühl... Äh... Zu bringen. Viele Open-World-Spiele werden sehr schnell langweilig, da du irgendwann alles gemacht hast. Und es nicht mehr wirklich was zu machen gibt. Aber hier kommt irgendwie immer wieder was Neues, womit du nicht gerechnet hast. Und... Das macht es halt, äh... So speziell für mich. So, deswegen... Macht es... Macht es mir so viel Spaß. Gut, ich bin nur eine Person, äh... Der ziemlich schnell langweilig wird. Das heißt, wie lange es mir noch Spaß macht, bleibt fragwürdig. Aber so im Generellen ist es definitiv... Ähm... Es ist auch ein herausforderndes Spiel, was ich... Was man von dem Art-Stil her eigentlich gar nicht erwarten würde. Also... Würde ich sagen... Ähm... Umgeht dieses Spiel nicht nur aufgrund seines Aussehens. Es steckt wesentlich mehr dahinter, als man auf dem ersten Blick vielleicht sieht. Es macht definitiv Spaß und, ähm... Ja, von mir eine totale Empfehlung. Ähm... Also wenn ihr auf Abenteuerspiele steht, oder wenn ihr auch auf Minecraft steht. Ich meine, nach wie vor Minecraft-Fans, sofort eine Empfehlung dafür. Aber, ähm... Generell, wenn ihr Abenteuer und RPG mögt, und vor allen Dingen Action-RPGs, dann ist das eigentlich das für euch. Weil es ist im Grunde genommen ein Action-RPG, das aussieht wie Minecraft. Ja. Gut, das wäre eigentlich alles, was ich zu Trove zu sagen hätte. Ähm... Dann danke ich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann danke ich mir jetzt zumostat. Bis zum inevitable.